Das Spiel ist einfach nur eine Zumutung. Nee, das ist eigentlich recht geil. Nee. Das hat mich jetzt echt schon geileid. Das hat mich jetzt vom Gegenteil überzeugt. Dass du das nicht so fehlen konntest. Ich werde wohl gebremd, weil ich dachte, warum es nicht. Ich hab dich gerabt. Ich hab dich getroffen. Schon wieder ein Stern. Was geht denn? Wieso fährt er nicht? Oh, ich bin noch so ein Bauer. Hab ich gerade... Verliere ich jetzt zwei Ballons? Ich verliere alle. Und das ist auf Video festgehalten. Das bugt doch rum. Es ist auf Video festgehalten, wie ich dich in einem Jungs getötet habe. Das bugt einfach nur. Ich hab dich in eine Bumse getötet. Das bugt einfach normalerweise ist das nicht möglich. Doch. Das hast du mich weiterladen. Es ist ein altes Spiel. Hast du von selbst gesagt. Nein, das hat damit nichts zu tun, dass das scheiße ist. Du kriegst noch Sterne. Ich geh auch nur runter. Ihr habt verdient. Und du hast eigentlich nicht mal Sterne. Ich war dort, ich war da, aber es ist gut. Ja, ich aber nicht. Ich wohl. Oh, du kriegst Sterne. Du kriegst nur Sterne. Im Gegensatz zu dir, habe ich mir die auch verdient. Den hast du nun mal gar nichts. Wow, das hat sie jetzt gebraucht. Das muss aber irgendwie so kommen. Du schaupp ihn an, Sterne, Mann! Ja! Hallo! Ich spiele eigentlich nicht mehr mit dir. Boah, du hast zwei Player-Rechte hier. Es geht. Sauerstellen. Mit Banane. Ich habe dich gefickt, was? Nee. Natürlich habe ich dich gefickt. Ich bin aber nicht. Ist nicht so eine Animation dafür. Na egal, der Ballon ist weg. Ich bin nicht gegangen. Ich bin nicht gegangen. Nee. Ja, das war ein bisschen fail. Weißt du, was ich immer noch toll finde? Nur Sterne und hab dich von einem Rums besiegt. EINEM RUMS, siehst du einfach nur... Du bist vorallem gefahren, hab dich getroffen, hab dich von mir Sterne, du bist runtergefahren. BOOM! Was wollte ich denn? Wir löschen einfach noch eines. Das hat nie passiert. Ich hoffe, ihr würdet dieses Video machen. Okay, Leute, wir verabschieden uns jetzt hier von unserem Zwischen-LP. Was wir jetzt einfach mal so irgendwie zwischenzeitlich hochschneiden werden. Vorfahren und ja, Wiederschauen, Rengrauen, wir lieben euch. Hab euch lieb und... Wir werden weiter Rage bitten und Rage end Rage. Bye! Tschüss!